Hallo! Das ist ja internationaler Kindertag heute am 1. Juni. Hanna Theuer aus Otterstadt im Rhein-Pfalz-Kreis, sieben Jahre alt, begleitet uns heute Morgen. Wir sind total stolz. Sie macht das richtig, richtig gut. Hanna, noch mal einen kleinen Szenenapplaus für dich jetzt. Also ich kann mir jetzt vorstellen, wie ihr dann da sitzt, das alles überleitet und dass es dann daheim bei mir kommt. Dann wissen sie also schon vor der richtigen EM, welches Land gewinnt. Wie ein Orakel. Aber auch wenn sie keinen Fußball mögen. Lohnt sich das. Und natürlich haben wir noch ein kleines Dankeschön, eine große Überraschung an dich, als Dankeschön, dass du da warst. Es gibt eine Riesentüte mit Gummibärchen, Mahlstiften und, 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 und. Und das Besondere ist, wir laden dich und deine Familie für einen Tag in den Kurpfalz-Park nach Wachenheim ein. Ist ja auch gerade da bei dir quasi ums Eck in den Palz. Der große Wild- und Erlebnispark mit Sommerrodelbahn, lustigen Booten, mit denen man auf dem See gegenseitig sich so ein bisschen schubschen kann. Papa mal ärgern, Mama mal ärgern, Schädelboot fahren. Auf jeden Fall. Ist das was für dich? Ja, ist es. Danke, Radio Regenbogen.